Grundsch mit auf der Brust verschränkten Armen. Legen Sie sich auf den Rücken. Heben Sie den Kopf und lassen Sie dabei den Nacken entspannt. Verschränken Sie die Arme auf der Brust. Heben Sie den Oberkörper an, ohne die Arme von der Brust zu nehmen, bewegen Sie den Rest des Körpers dabei nicht. Auf diese Weise konzentrieren Sie das Training auf die oberen Bauchmuskeln. Zurück zur Ausgangsposition.